Komplette Macht an WHO, so hat der Bundestag abgestimmt. Jede Person, egal welchen Alters, egal welchen Geschlechtes, das ist extrem wichtig für unsere Freiheit. Totale Macht übergeben werden, weg von der Souveränität der Staaten. Die WHO soll in Zukunft selbstständig über die Köpfe der Regierungen hinweg entscheiden können, ob es eine Pandemie gibt, wo diese Pandemie ist und sie muss, das ist Fakt, keine Beweise vorlegen, ob es stimmt, was sie sagt. Das ist de facto eine Totalmachtverschiebung hin zu einer Weltregierung in Form der WHO. Ach du Scheiße, Digga. Ihr spielt nur Schach mit uns und habt gedacht, dass wir es nicht raffen. Doch wenn das Ende kommt, müsst ihr bezahlen für eure Taten. Fuck the system, bro. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus von meiner Seite. Danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Haut gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Schreibt in einen oder anderen Kommentar, wäre ich euch auf jeden Fall dankbar und verbunden. Und jetzt gehen wir in ein nächstes Video rein, welches heißt Komplette Macht an WHO. So hat der Bundestag abgestimmt. Oh shit, Freunde. Ich bin gespannt, was hier erzählt wird. Das ist mal wieder von dem Kanal HKCM. Von dem Bruder, der auch die damals die, was war das? Twitter-Files, glaube ich, so ein bisschen zusammengefasst hat, was wir uns reingezogen haben. Und jetzt gehen wir mal wieder in ein Video von ihm rein. Ich bin sehr gespannt, was hier erzählt wird. Und los. Was ich heute für Sie aufnehme, ist sehr wahrscheinlich eines der wichtigsten Videos, die ich überhaupt in den letzten Jahren aufgenommen habe. Jeder Mensch, der auch nur einen Restfunken an Freiheitsgefühl in sich hat, muss... Das hört sich auf jeden Fall crazy an. Ein Restfunken Freiheitsgefühl. Oder ich habe das leider in den letzten drei Jahren gesehen, dass sehr wenige Deutsche diesen Funken von Freiheitsgefühl und das Bedürfnis nach Freiheit noch in sich tragen. Aber ich hoffe, es werden mehr. Und ich bin gespannt, was hier erzählt wird. Hopf. Hopf wird ein Mann. Los geht's. Dieses Video bis zum Ende anschauen. Ich meine das absolut ernst. Jede Person, egal welchen Alters, egal welchen Geschlechtes, das ist extrem wichtig für unsere Freiheit. Ich rande nur ganz kurz an, um was es geht. Ich werde in den nächsten Wochen Interviews mit Juristen führen, die Ihnen genau erklären, worum es hier geht. Wir sprechen heute über die WHO, die Weltgesundheitsorganisation. Dieser soll die guten alten, die gute alte WHO, meine lieben Freunde, wahr? Da kommen alte Erinnerungen hoch. Kontrolle, totale Macht übergeben werden, weg von der Souveränität der Staaten hin zu einer Totalkontrolle, also einer totalitären Macht der Weltgesundheitsorganisation in Pandemie Fragen, bedeutet, die WHO soll in Zukunft selbstständig über die Köpfe der Regierungen hinweg entscheiden können, ob es eine Pandemie gibt, wo diese Pandemie ist und sie muss, das ist Fakt, keine Beweise vorlegen, ob es stimmt, was sie sagt. Das heißt, sie kann Ausgangssperren weltweit verhängen. Sie kann Pandemien ausrufen und Bewegungsfreiheiten einschränken. Ach du Scheiße, Digga. Ich meine, ich bin sowieso ein bisschen überzeugt davon schon, ein bisschen ist vage ausgedrückt, also ich bin eigentlich schon überzeugt davon, dass die Regierungen, die Politiker, die uns präsentiert werden, mehr oder weniger als Sündenbock und Clowns agieren und dass da auf jeden Fall Organisationen hinten dran stehen, die die Hebel bewegen und sagen, was die zu tun haben und was die nicht zu tun haben. Weißt du, zum Beispiel auch so Organisationen wie das Weltwirtschaftsforum und deswegen bin ich da jetzt auch gar nicht so krass überrascht, wenn ich das so sagen darf, dass jetzt auch sowas passiert hier mit der WHO, dass die quasi selbst entscheiden dürfen, wann eine Pandemie ausgerufen wird. Aber es ist halt für einen Normalbürger, der sich noch nie mit solchen Dingen auseinandergesetzt hat, dass erst mal eine Sache, so ein bisschen Schlag ins Gesicht so. Impfzwänge einführen, ohne die man sich sonst nicht mehr bewegen darf. Das heißt, das ist de facto eine Totalmachtverschiebung hin zu einer Weltregierung in Form der WHO. Deswegen soll auch aktuell das Budget der WHO massiv nach oben gesetzt werden. Und warum sage ich das Ganze? Darüber wurde die letzten Tage am... Und es ist ja sowieso so, dass auch bei der WHO dann Leute sich quasi auch einkaufen und die mit Geldern unterstützen, wie zum Beispiel der gute alte Bill Gates. Und dann siehst du wieder, wenn du da die Geldströme verfolgst, das läuft wieder darauf hinaus, dass die reichsten und mächtigsten Menschen auf der Welt die Entscheidungen treffen und nicht die Politiker oder irgendwelche Organisationen. Am 12. Mai diesen Monats im Bundestag abgestimmt. Die Parteien mussten also ihre Maske abnehmen und genau zeigen, wer ist für die totale Machterweiterung der WHO, das Abgeben der eigenen Souveränität und Entscheidungsgewalt. Wer ist also gegen das... Gestern hatte ich auch so einen Talk mit jemandem, wo wir über die Souveränität von Deutschland geredet haben. Und dann ist mir auch wieder einmal mehr bewusst geworden, wie wenig souverän wir eigentlich sind. Weißt du, und das finde ich auch eine Sache, die extrem schade ist. Ich würde mir wünschen, dass Deutschland irgendwann wieder komplett souverän ist und seine eigenen Entscheidungen trifft. Ob das nochmal der Fall sein wird, weiß ich nicht, aber ist schon traurig irgendwie. ...Volk und wer ist für das Volk? Jetzt sind die Masken gefallen. Man kann sich genau anschauen, wie die Abstimmungsergebnisse gelaufen sind. Deswegen ist es extrem wichtig, dass Sie alle sehen, was jetzt Sache ist. Das hat nichts mit Meinungen zu tun, nichts mit Richtungen. Die Zahlen stehen da. Wir wissen jetzt ganz genau, wer sich wie positioniert hat. Das schauen wir uns heute an. Los geht's. Krass. Ich bin gespannt. Herzlich willkommen. Haftungsausschuss, okay? Mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Video der HKCM. Wir wollen jetzt ohne Umschweife weitermachen. Das ist ein extrem, extrem wichtiges Thema. Jeder sollte es sehen. Die Epoch Times, ein Magazin, das ich absolut empfehlen kann, weil es von chinesischen Dissidenten gegründet wurde. Dissidenten sind Menschen, die geflohen sind damals von der Diktatur in China, die im Westen Freiheit gesucht haben, die gesagt haben, wir wollen Demokratie, wir wollen Freiheit. Gerade Dissidenten, also Menschen, die rausgehen. Demokratie und Freiheit, meine lieben Freunde, das wird auch immer mehr abgeschafft, leider hier in der westlichen Welt. Also ein Fliehen lohnt sich fast gar nicht mehr, weil ich glaube, in ein paar Jahren oder Jahrzehnten werden wir ähnliche Zustände bekommen wie in China. Leider. Diktaturen ähnlich auch derer Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind, die also Erfahrung haben mit echten Diktaturen. Diese Menschen haben ein extrem sensibles Verständnis. Die haben quasi eine Antenne und merken ganz schnell, wenn es wieder in Richtung einer Diktatur geht. Safe. Bro, das kann ich mir gut vorstellen. Alleine. Und berichtet als einer der ganz wenigen Magazine überhaupt über die Situation. Wir schauen uns jetzt ganz genau an. Ich lese den Bericht vor. Sie sehen, wer wie gestimmt hat, wer diesen Abstimmungen ganz bewusst fern geblieben ist. Und Sie können sich Ihr eigenes Bild machen. Bitte unterstützen Sie dieses Video, teilen Sie dieses Video, kommentieren Sie, sodass es dann möglichst viele... Mach dir keinen Kopf, heißt der nicht Philipp? Philipp Hopf, glaube ich, ne? Oder? Mach dir keinen Kopf, mein Jutzer, wir reagieren drauf und verbreiten das weiter. ... rausgetragen wird. Starten wir los. Bundestag, mehr Macht für die WHO. Wer hat wie abgestimmt? Der Bundestag hat am Freitag den 12. Ach nö, Digga, auch noch an meinem Geburtstag, oder was, Bro? Scheiße, Mann. Fühl ich nicht. 2023, wie erwartet, seinen Antrag zur Stärkung der Weltgesundheitsorganisation mehrheitlich verabschiedet. Zur Abstimmung lag ein Antrag, das ist der Antrag 20-6712 der Ampelkoalition vor. In dem Antrag ging es darum, der Organisation mehr Befugnisse zu erteilen, damit sie ihr Mandat vollumfänglich erfüllen kann. Epoch Times berichtete im Vorfeld der Abstimmung ausführlich über die Inhalte der Drucksache von SPD, Grüne und FDP. Wie von der AfD-Fraktion gefordert, gab es eine namentliche Abstimmung. Es war also die AfD-Fraktion, die gefordert hat, dass die Leute namentlich genannt werden sollen, die erstens fern blieben, als auch die, die gestimmt haben und in wie sie gestimmt haben, damit man sehen kann, wer setzt sich für und wer setzt sich gegen die Menschen ein. Lesen wir weiter. Crazy Shit, Alter. Fast 20% der Abgeordneten fehlen, von denen... Sebastow sagt, fühle deinen Content-Bruder, bin absolut bei dir. Gang. 736 Bundestagsabgeordneten stimmten 497 für den Antrag. Ach du Scheiße, von 736 Bundestagsabgeordneten stimmten 497 für den Antrag. Also für die Machterweiterung der WHO. 68 waren dagegen. Nur 68 Bundestagsabgeordnete haben dagegen gestimmt. Wir schauen uns nachher ganz genau an, wer diese 68 waren, als auch wer diese 497 waren. 25 Abgeordnete... Herr Bruder, das ist auch emotional im Video drin, man merkt das, aber das ist auch wichtig so. ...erhielten sich der Stimme. 146 Parlamentarier nahmen an der Abstimmung nicht teil. Das entspricht einer Abwesenheitsquote von fast 20%. Ich sage Ihnen, das ist überhaupt kein Zufall, wenn Sie nachher die Liste hören werden, der Leute, die nicht da gewesen sind, die ganz bewusst nichts mit dieser Abstimmung zu tun haben wollten. Bestimmt aktuelle Regierung, oder? Meiner Meinung nach, damit Sie nachher sagen können, irgendwann mal, wenn die Leute... ...ganzen aktuellen Minister und so einen Scheiß... ...rebellieren. Ich habe nicht abgestimmt. Wir haben damit gar nichts zu tun. Sie werden erstaunt sein, das ist die absolute Politik-Elite Deutschlands. Lesen wir weiter, ich werde alle Fragen für Sie aufklären. Politik-Elite Deutschlands, Bro. Mann, das sind Hampelmänner von Amerika und WEF-Global-Blablablas und so einen Scheiß, Bro. Deutschland, ja, gehen wir nicht zu tief rein. Hören wir erst mal zu. Die Grünen blieben 19 der 118 Abgeordneten der Abstimmung fern. 99 standen geschlossen hinter dem Ampelantrag. Die Grünen sind ganz klar für die Machterweiterung der WHO. Bei der FDP fehlten 13 Abgeordnete. 79 sprachen sich für den WHO-Vorschlag der Bundesregierung aus. 79 der FDP ganz klar für Machterweiterung der WHO. Die höchste Abwesenheitsquote verzeichnete... Mann, so ein Scheiß ist doch vorher schon geplant, sage ich euch so wie es ist, also dass das durchgeht. Das wird doch vorher schon geplant. Meiner Meinung nach auf jeden Fall. Da wird doch schon alle, die Weichen werden doch schon gestellt, da werden Vorgespräche geführt, da wird gesagt, hier, guck, neue Ding kommt, neue, da soll ein neues Gesetz rauskommen. Wisst ihr schon mal Bescheid, wir müssen das Ding durch den Bundestag bekommen. Also mobilisier da deine Leute und dann wird Bescheid gesagt, hier, so und so viele Leute müssen dafür stimmen. Deswegen mach mal so, mach mal so, mach mal so. Das ist doch alles schon geplant und das ist doch alles... Das ist doch alles... Bruder, kannst du mir nicht erzählen, dass sowas spontan stattfindet und jeder dann wirklich auf seinen eigenen Menschenverstand dann im Bundestag... Für mich sind das Marionetten. Die haben mit dem echten Menschsein ganz wenig zu tun. Die kommen da hin und wissen ganz genau, was sie tun. Da ist nichts mit, ich höre auf mein Gefühl oder was menschlich richtig ist oder dem Volk gut tut oder nicht. Das ist alles scheißegal, da geht es um Macht, Geld und geopolitische Interessen. Das war's. CDU-Fraktion. Von den 146 Abgeordneten fehlten 50, das sind 34 Prozent. Das einzige Nein zum Antrag gab es von Jens Köppen, CDU-CSU. Krass, nur ein Bruder oder was, Digga? Das war vielleicht einer, der wirklich noch so Gewissensbisse hatte. Ein Mann aus Bayern. Köppen hatte sich in der Vergangenheit bereits mehrfach kritisch zu verschiedenen Themen geäußert und war damit von der Linie der Partei abgewichen. Kritik hatte er beispielsweise an der Energiepolitik sowie an Maßnahmen im Verlauf der Corona-Pandemie. Dabei lehnte er auch eine Impfpflicht ab. Als einziger Abgeordneter der CDU stimmte er Ende April 2022 gegen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Eine Anfrage von Epoch Times zu seiner ablehnenden Haltung gegenüber dem Antrag der Ampelkoalition blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Eine Person, die sich gegen alle anderen stellt von der CDU. Eine einzige Person. Jeder von ihnen sollte sich ganz genaue Gedanken machen und selbst entscheiden, wen er in Zukunft seine Stimme gibt, um damit... Oder Stimme geben, wählen und so. Ich weiß nicht. Also ich... Ich weiß nicht. Also ich halte davon sowieso nichts mehr. Du kannst mit deiner Stimme nicht wirklich was verändern. Es wird uns so eingeredet, damit wir so ein bisschen das Gefühl haben, dass wir auch eine Macht haben und mitentscheiden dürfen. Aber ich glaub da nicht mehr ran. Also spätestens nachdem ich gesehen habe, dass alle Leute eigentlich die gegenteiligen Sachen tun, von den Sachen, die sie predigen, so. Allen voran auch die Grünen, so. Die eigentlich immer gegen Krieg und für Umwelt und diese ganzen Sachen eingetreten sind, damals angeblich. Und dann auf einmal für Waffenlieferungen sind und so. Es gibt keine Parteien. Es gibt keine Entscheidung von uns als Volk, so. Gibt's nicht. Wenn wir so direkte Demokratie hätten wie in der Schweiz, dass wir bei Abstimmungen selber mitmachen können, wenn's um große Entscheidungen geht, wie zum Beispiel diese Entscheidung, dann sag ich dir, okay, das macht Sinn. Aber irgendeine Partei zu wählen, schwierig. Schicksal weiter in Stein zu meißeln. Lesen wir weiter. Alle 65 anwesenden AfD-Bundestagsabgeordneten stimmten gegen den Antrag. Ansonsten noch ein einziger Abgeordneter der CSU, das ist der Herr Köppen, den wir gerade erwähnt haben, und zwei Fraktionslose. Sonst stimmten alle dafür. Bei der Linken gab es 25 Enthaltungen. Also auch bei der Linken alle dafür gestimmt. Alle anderen Parteien alle dafür gestimmt. Sonst haben sie sich enthalten. Und nur die AfD... Daran merkst du doch, dass es schon im Vorhinein geplant war, wer wie stimmt. Partei über, also so innerhalb der Partei. Einzige Partei, die sich da dagegen gestellt hat. Das heißt, außer der AfD und dem einsamen Streiter der CSU, Herrn Köppen, haben die Altparteien geschlossen, unsere entsprechenden Souveränitätsrechte an die WHO abgetreten. Und das ganz ohne Not. Scholz, Habeck, Lindner, Weidel, Wagenknecht, stimmten... Was, 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 was? Nicht ab. Die stimmten nicht ab? Digga, das ist... Bruder, das ist ein fucking Game, was die mit uns spielen. Ihr spielt nur Schach mit uns und habt gedacht, dass wir es nicht raffen. Doch wenn das Ende kommt, müsst ihr bezahlen für eure Taten. Fuck the system, bro. Das sind alles sehr, sehr prominente Namen. Lesen wir mal weiter. Die prominentesten ferngebliebenen bei der Abstimmung waren bei der SPD wie folgt. Bundeskanzler Olaf Scholz. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Der Karl, ich weiß nicht. SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil und Carsten Schneider, Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland. Also quasi die komplette SPD-Elite, die sich sagt, wir bleiben hier fern. Wir wissen schon genau, wie dieses Ergebnis ausfällt. Das ist denen davor schon 100% klar gewesen, weil sie genau gewusst haben, alle stimmen wir dafür. Nur die bösen, bösen Rechtsradikalen von der AfD, die wir auch alle ganz bewusst meiden, die stimmen dagegen. Machen Sie sich mal etwas Gedanken darüber. Grüne. Ja, aber die eine Tussi da von der AfD, die ich auch überhaupt nicht fühle und feiere, diese Alice Blablabla, die hat doch auch nicht abgestimmt. Warum? Warum? Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck blieb der Abstimmung fern. Außenministerin Annalena Baerbock blieb der Abstimmung fern. Bundesvorsitzender Omid Nouripour und Claudia Roth, Bundesbeauftragte für Kulturen und Medien, blieben alle der Abstimmung fern. FDP-Bundesfinanzminister Christian Lindner, Bildungs- und Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger, CDU, Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Ex-Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Der Grojan69 sagt, die AfD ist kein Ausweg, nur eine weitere Falle, alles neoliberaler Abschaum. Fühle ich, AfD auch kontrolliert, nicht mehr wählen, ist die Antwort. Ich schwöre es dir, Digga. Wir disconnecten von dem ganzen Scheiß. Nicht vertrauen, was die Politiker sagen. Nicht mehr, kein Vertrauen da reinlegen. Leg nur noch Vertrauen in dich selber, in Gott, in die Menschen um dich herum. Connectet euch mit Menschen, das ist viel, viel wichtiger. Baut Netzwerke auf, baut eine Community miteinander auf. Mit ähnlichen Ansätzen, mit ähnlichen Gedankengängen, wo ihr euch miteinander versteht. Wo ihr euch austauschen könnt und so. Wir müssen uns innerhalb vom Volk wieder miteinander connecten und auf einer Seite stehen. Und dann müssen wir anfangen, selber Entscheidungen zu treffen und gewisse Sachen einfach nicht mehr mit uns machen zu lassen. Und so haben wir eine Riesenmacht und können steuern, was die Idioten da oben die ganze Zeit entscheiden oder nicht entscheiden sollen. Weißt du, wenn wir uns alle connecten und zusammentun und stabil rausgehen, wenn wir sagen, nee, so nicht. Dann können die doch nichts machen. Was sollen die denn machen? Ex-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der Linken. Sarah Wagenknecht. Bundesvorsitzende Janine Wissler. AfD Alice Weidel. Muss mir die Frage stellen. Sarah Wagenknecht vor allem, der so viele Leute in Deutschland auf diese Frau vertrauen. Und auch diese Alice Weidel, Bro. Hoffnungen setzen, weil sie ihren Mund aufmacht, weil sie sich gegen viele Themen stellt und offen anspricht. Auch nicht da gewesen. Ihre gesamte Partei geschlossen dafür gestimmt. Es wird aber noch. Aber die Sarah Wagenknecht ist ja nicht mehr wirklich Teil, so. Die ist ja nur eine Frage der Zeit, bis sie aus der Partei raus ist, so. Ich finde es aber ein bisschen schade, dass der, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Bruder ein heftiger AfD-Supporter ist. Und weil die Alice Weidel, Bruder, ist eigentlich noch schlimmer, dass die nicht mit abstimmt. Wenn die gesamte Partei sich dagegen gestellt hat, so. Und die enthält sich. Aber warum? Die ist doch Parteispitze, oder? So, da sollte man auch ein bisschen hellhörig werden. Die stehen doch da auch nur im Bundestag und erzählen die Sachen, was oppositionstechnisch ist. Weil die halt auch sehen, dass kein Schwanz im Bundestag sich traut noch, das Gegenteil oder die Opposition zu sein und Dinge dagegen zu sagen. Und die greifen sich so auch nur die Wählerstimmen ab, Bro. Wenn die an der Macht sind, wird sich deren wahres Gesicht zeigen. Gib Menschen Geld und Macht und du wirst sehen, wie sie wirklich sind. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, eine Falle, in die man nicht reintreten sollte. Weil die Kollegen, glaube ich, auch nicht wirklich was Gutes im Sinn haben. Viel besser. Jetzt schauen Sie sich das. Meine persönliche Meinung, ne, macht natürlich, was ihr wollt. Ich verurteile niemanden. Wählt, was ihr wollt. Supportet, wen ihr wollt. Das ist meine persönliche Meinung. Schauen Sie an, worum es hier geht. Wie viele private Geldgeber und wer diese private Geldgeber der WHO sind. Private Geldgeber mit Interessenkonflikten. In ihren Redebeiträgen fanden die Vertreter der Fraktion überwiegend lobende Worte für die Arbeit der WHO und befürworteten den Vorstoß der Ampelkoalition. Einzig Dr. Christina Baum übte für die AfD-Fraktion massive Kritik am Antrag. Der Ansatz, die Mitgliedsanträge für die WHO bis 2030 auf 50 Prozent anzuheben, um deren Arbeit von Spenden und damit vom Einfluss privater Organisationen unabhängiger zu machen, Zitat, ist absolut nicht ausreichend, um sich von individuellen Geberinteressen loszulösen. Zitat Ende. Zudem müsse ausgeschlossen werden, dass die Finanzierungen hauptsächlich zu Lasten Deutschlands gehen. Haben wir das gerade richtig gelesen? Deutschland ist wieder der Hauptzahlmeister. Digga, wie immer. Ich schwör's dir, die ficken uns immer die Deutschen, Bro. Dabei sei Deutschland aktuell der größte Geldgeber. 2020 und 2021 habe Deutschland mehr als 1,26 Milliarden US-Dollar gezahlt. Gefolgt von der Gates-Stiftung, Bill Gates. Der Mensch, dem viele Millionen Menschen auf dieser Welt ihre Impfgesundheit anvertraut haben. Einem Bill Gates, dessen Frau Melinda Gates offen in Interviews gesagt hat, dass einer der Hauptgründe, sich scheiden zu lassen, war der, dass er mehrfachen Kontakt mit dem bekanntesten und prominentesten verurteilten Pädophilen unseres Planeten Jeffrey Epstein hatte. Diesen Menschen vertrauen die Massen. Neben der Gates-Stiftung, den US-Dollar... Digga, ich krieg auch diese Bilder nicht aus dem Kopf. Da siehst du, wie Deutschland... Bro, ich krieg diese Bilder nicht im Kopf, wo dieser Typ, der da eben eingeblendet wurde, im ersten deutschen Fernsehen eine Videokonferenz hat und erzählt, dass er 80 Millionen Menschen impfen lassen will in Deutschland. Und so tut, als ob das was Gutes ist. Und die deutsche Moderatorin steht dann da und bedankt sich bei ihm so. Verstehst du, was ich meine, Digga? Das ist fucking... Bro, Bro. Also die Lines, die ich gedroppt habe über Bild, die sind auf jeden Fall real. So, hört euch nochmal den Song an. Leon Lovelock wach. Von Anfang an, meine lieben Freunde, war ich da gewesen. Gerne. Und der globalen Impfallianz, Gavi, Zitat, dieser massive Eingriff globaler Spender stellt mindestens einen Interessenkonflikt dar. Zitat Ende. Es lasse, Zitat wieder, Frau Dr. Ich muss mich schon mal drauf einstellen. Ich schwöre es dir, Digga. Also es ist wahrscheinlich auch kein... Ähm... Das ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass das genau jetzt gerade passiert, meine lieben Freunde. Ich kann mir gut vorstellen, dass in nächster Zukunft die ein oder andere Pandemie wieder um die Ecke kommt, so. Also bereitet euch wirklich auf den Scheiß vor. Wenn ihr die Möglichkeit habt, verzieht euch in ein Land, wo das nicht so krass ankommt, wie zum Beispiel hier an dem Ort, wo ich gerade bin. Weil, Bro, das wird kommen. Also ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass die mit Corona jetzt da ruhig machen, so. Ne? Die haben es ja damals probiert, Vogel-Schweinegrippe, etc. Schweinegrippe vor allen Dingen. Da haben die das Ding ja schon so weit nach vorne gepeitscht, dass schon sehr viele Länder und Staaten, ähm, diesen Impfstoff gekauft haben, weil angeblich viele Menschen sterben werden. Ähm, bis dann Leute wie der Dr. Wolfgang Wodak ein Gremium aufgemacht haben, welches den Interessenskonflikt zwischen, ähm, Pharmaindustrie und Politik untersucht hat. Und dann festgestellt hat, dass es einen riesen Interessenskonflikt gibt und dass es eigentlich nur zum Geldmachen da war. Und deswegen glaube ich auch, dass es mit Corona nicht getan ist, sondern es wird weitergehen. Die nächste Pandemie auszurufen. Im Pandemiefall sei dies in Zukunft die Machtübernahme durch die WHO. Oh, weitreichende Maßnahmen durch eine, Zitat, demokratisch... Glaubst du, dass die Menschen das Ganze wieder mitmachen werden, Leon? Fuck, der Gamer. Bro, das Ding ist so... Ja. In Deutschland auf jeden Fall, Bro. Also ich bin mir sicher, dass ein paar Prozent mehr auf jeden Fall aufgewacht sind und am Start sind, so. Und das nicht mit sich machen lassen werden. Aber was willst du denn machen? Also wir gehen ja in Deutschland auch nicht auf die Straße. Wir demonstrieren nicht, wir zünden keine Autos an, wir sind hörig in Deutschland. Weißt du, wir sind hörig, Bro. Und ich bin mir fast sicher, dass auf jeden Fall mehr Menschen wach sind und nicht mehr so viele Leute das mit sich machen lassen. Aber immer noch der Großteil vom Kuchen auf jeden Fall sich bücken wird und sagen wird, ja, let's go, scheiß drauf. Mir egal. Nicht legitimierte Organisationen, Zitat Ende, seien dann möglich. Dazu nannte Baum als Beispiele Ausgangssperren und Impfpflicht. Weitere Aushöhlung von Demokratie und Souveränität. Daher... Die meisten, die meisten halt lieber hin. Ja, Bro, das siehst du auch daran... So, wenn ein Großteil von Deutschland schon aufgeweckt wäre, dann hätten wir hier mindestens 1000 Zuschauer. So, muss man ganz klar sagen, so wie es ist. Der Beschluss nichts anderes als eine weitere Aushöhlung von Demokratie und Souveränität. Infolgedessen widerspreche die Verlagerung von Entscheidungen, Zitat, in immer entferntere Gremien, die nicht demokratisch gewählt... Warum sollte der Staat seine Souveränität abgeben wollen? Verstehen nicht, wie die Politiker so stimmen konnten? Weil wir gar nicht souverän sind vielleicht? Und das sowieso eigentlich gar keinen Unterschied macht. Ob wir jetzt da abstimmen oder nicht oder ob das jetzt eintrifft oder nicht. Weil die wahren Entscheidungen sowieso ganz woanders getroffen werden. Und die nicht vom Volk zur Verantwortung gezogen werden können, Zitat Ende. Dem allgemeinen Demokratieverständnis der Deutschen. Ich weiß nicht, ob die Deutschen überhaupt noch ein Demokratieverständnis haben. Oder je hatten. Dabei verwies sie auf eine an Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, gerichtete Petition, die Stand Freitag, 12. Mai, mehr als 350.000 Menschen unterschrieben hätten. Zitat, um den Pandemievertrag mit allen Mitteln zu verhindern. Anmerkung der Redaktion. Montag, 15. Mai waren es bereits 370.000 Stimmen. Ich garantiere Ihnen jetzt schon, das wird null Effekt haben, weil diese Menschen das durchdrücken wollen mit allen Mitteln. Die Zuständigkeit für die Gesundheitspolitik müsse in den nationalen Parlamenten verbleiben, betonte Baum und forderte dazu eine gesetzgeberische Klarstellung. Es ist doch eigentlich völlig selbstverständlich, dass nicht nur die Zuständigkeit für Gesundheitspolitik, sondern für politische Entscheidungen generell in den eigenen Ländern verbleiben muss und nicht zentralisiert, wie wir es bereits gemacht haben, nach Brüssel abgegeben wird, die über unsere Köpfe hinweg entscheiden und jetzt von Brüssel nochmal für die ganze Welt auf jeden Fall die, die da mitmachen, in einer einzigen Organisation gebündelt wird, die niemand... Der Bruder ist extrem emotional, verstehe ich auch auf jeden Fall, aber ich glaube, der hatte auch vorher noch ein bisschen zu viel Vertrauen in diese ganze Politikgeschichte, wenn ich ehrlich bin, weil, ja, mich schockiert das gar nicht so krass. ...von uns jemals auch nur einmal gewählt hat. Ich hoffe, den meisten Menschen ist ungefähr klar, was das bedeutet. Deswegen machen Sie Ihren kleinen Teil, tragen Sie ihn bei, teilen Sie dieses Video, werden Sie aufmerksam dafür, reden Sie darüber. Ich werde in Zukunft einige Videos zu diesem Thema führen, um hier bestmöglich aufzuklären. Ich wünsche Ihnen jetzt ein wunderschönes Wochenende, machen Sie es gut, danke. Ja, crazy shit, crazy shit. Naja, nicht zu krass davon beeinflussen lassen, meine lieben Freunde. Schön in der Mitte bleiben, schön meditieren, an das Gute glauben. Liebe im Herzen darf nicht verloren gehen. Die Hoffnung in bessere Zeiten darf auch nicht verloren gehen. Denn wenn wir aufwachen, wenn wir bewusst sind, wenn wir uns gegenseitig in der Gesellschaft lieb haben, kann man auch nicht so viele Dinge mit uns tun. Und das ist das, wo der Fokus drauf liegen sollte. Lasst euch von außen nicht zu krass jetzt nervös machen, beeinflussen, sodass ihr Ängste habt. Und weil das ist auch genau das, was die teilweise in uns auslösen wollen. Diese Angst vor dem Ungewissen auch. Was könnte eventuell in Zukunft passieren? Und nervös zu sein. Angst, das sind alles Dinge, die dir selber Macht auch wegnehmen. Weißt du? Deswegen lasst das nicht so krass mit euch machen. Bleibt ruhig, bleibt in der Mitte. Bleibt liebend. Bleibt entspannt, meine lieben Freunde. Bleibt entspannt, alles wird gut. Bleibt ruhig, bleibt in der Mitte.